Musik 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 Hier ist der gut. Du kannst doch die Waffe stoppen. Das hab ich die ganze Zeit gemacht. Das hab ich nie so genau getroffen. Ja. Kannst du holen? Ja. Vielleicht paladiert zu lernen nur dann einer. Ich bin die Stimme. Dann könntest du nichts nacken. Das sind die Stimme. Das sind die Stimme. Ich muss auch die Stimme. Ja. Das ist die Stimme. Hier ist die Stimme. Ich weiß nicht, ob er das sagt, wir haben wahrscheinlich von unter der Erde. Pfff, die unten. Es wird klug euch, der Pi, Alter. Niemals. 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 Oh, das ist der Upgrade. Wir müssen hier erst mal drei weg machen. Niemals. 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 Wie Parliament. Das besteht auch eine Veränderung von unserer alten. Niemals. 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 Ich habe es versucht, die Kugeln zu verraten. Ja, das war so. Ich habe es nicht mehr gehört. Ich habe es versucht, die Kugeln zu verraten. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, die Kugeln zu verraten. Da ist mir das okay. Hier ist es okay. Ich bin ein guter Preis. Hier ist mir die LX-Reich. Nö, das ist... Na, ich wollte den anderen noch einen, den... ... und den ersten, dass die ganzen... Na, den anderen kann ich jetzt ein bisschen... ... aber der, 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 der... ... und dann glaube ich auch, das ist gar nicht lang. Das ist schon der... ... Scheiße, die ist doch einfach der... ... und dann... ... und dann... ... und dann... ... noch mal einen geengensten... ... ne, weil wir... ... was zum Teufel hat er vor? Er kann sich in ZEF-Waffen einklinken? Wusstest du das mal kurz? Wie weit weg ist er schon? Ich glaube nicht, im ZEF ist das eine... ... das ist ja nicht mehr oder nicht. Ich kann mich nicht sehr fassen, ein klick mit ihm zu sehen. Ja, das ist kein Mühlen. Genau überlebt hier. Ja, die Shotgun war da deutlich effektiver. Ich hab das vorher zu gehen. Woran man da hinten ist, ist das nichts. Zehn euch jetzt hier. Verdit. Verdit am A. Ganz gemütlich. Nee, einsam. Oh, das ist der Grennan Launcher. Das war das Schlechtes, ne? Das dürfte ja jetzt nicht durchschliessen. Das ist ein Schlechtes. Das ist ein Schlechtes. So, was? Ja. Ich hab die Energieverschlecht. Ich glaub, beim nächsten Mal ist das ein Upgrade. Ja, das ist ein Schlechtes. Okay. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab auch knapp daneben gedacht. Ich will jetzt irgendwas, was die Energie schneller machen. Oh, wir haben zwei Schlechtes. Ja. Ja. Schlechtes. 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 50% weniger Panzerschutz. Das ist ein verarschener. Ja. Was ist denn das, was da drei kostet in unserer Leiste? Schlechtes. Nein, in unserer Leiste. Schlechtes. Schlechtes. Stärker Panzer. Weniger Sturz. Brandschall. Lass mal. Äh. Kein. Längere Spritzeit. Schaltet Hydro. Thrustify. Nein. Das ist nicht so toll. Schlechtes. 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 Äh. Was ist mit der Hand direkt an mir? Das ist der. Wurfkraft. Schaltet Mega Nahkampf. Mega Nahkampf. Mega Nahkampf. Oh, Nahkampf. Warte mal. Was ist das unter dem Schub? Oder oben. Was weiter weit oben oben. Ach unter dem Schub lässt er. Stärker Power. Geschaltet Luft. Tritt frei. Smash Angriffe. Schlechtes. Ein. Hilfen. Schau mal, da ist was. Versorgung direkt. Da neben dem. Das muss ich halt raus wissen. Ich absorbiere 150.000 Schaden. So. Ja, ok. Wir haben das nicht gelesen. Ja. So. Kann man doch. Warten wir noch. Ja. Also mit Upgraden. Ja. Ja. Kann man doch nicht. Das hat mich geöffnet. Was wirst denn der. Der hat das gerade so geöffnet, dass er es in der Wicht hat. Das ist ein Teil, dass die Autos aus sind. Das kann über Autos gelaufen. Das ist mein Pinch gewesen. Das Ding ist doch leer. Das ist das, was du gerade abgelegt hast. Was ist das? Ich hab dich mit. Ich hab dich mit nur noch nicht. Ich hab dich mit. Ich hab dich mit. Da war ganz schön zugegangen. Ja. Dann. Ich muss doch mal werfen. Das hat sich jetzt sehr viel geholfen. Geht's hier eigentlich runter? Ich muss genau irgendwie kleiner machen. Ja. Ja. Und das waren wir. Hier, wir erneuten den ersten Scheiß-Kollager. Das ist jetzt ja fein. Ja. 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 30! Reiner! Du kannst dein Ding ausmachen, glaube ich. Du kannst nicht schreien können, ich wusste gar nicht. Du kannst nicht durch die Wand. Du kannst nicht da rein. Wo stehst du denn da drauf? Bist du ja aus hier? Lass du Kraut? Ja. Verstehen? Krautsch. Nein, du kannst ja nicht anfassen. Vielleicht musst du da von der anderen Seite rein. Wir sind gleich. So verregeln. Was ist denn da? Tätischer Treffer am Turm! Alle Abwehrsysteme ausgefallen! Rückzug! Rückzug! 436! Wir können uns nicht halten. Wir werden jeden Moment überrascht! Feindpräsentisten! Scheiße! Wir sind... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Wie waren wir denn jetzt? Drei. Jetzt haben wir schon gehört, dass das alles in Richtung Zeit ist. Ja. So sind wir da rein. Das kannst du eigentlich machen. Ja, das weiß ich schon. Das ist die Geradenblut. Das ist nicht so viel Zeit für mich. Nehmen wir den L-Tag. Nur ein komisches... Den lass ich wohl. Gegen die... Seths sind ja eigentlich stark gewesen. Das ist nicht so viel Zeit für mich. L-T... Äh... Pfeile! Da... Profit! Immer noch keine Spur von Rush! Dafür haben wir Seth-Aktivität im gesamten Dom! Seth ist ausgelöscht! Die Geradenblut. Die Geradenblut. Oh mein Herr! Oh ne, die Dinge hasse ich. Das ist... Oh, fuck, okay. Das ist ein Flug, Xelos. Ein Skorcher. Die kenne ich nur aus Zerls Forschungsakten. Wo? Wir haben was anderes. Wo? Wir haben was anderes. Das ist ein Erfolg. One, two, three, three. Was ist das? Good job, две. Woah, der für ein 20 Schuss. Ja, 20 Schuss könnte entscheiden sein. Das heißt, ein Team des Feuer. Du hast Nanosuit an. Das Feuer, ich dich wohl nicht erwischen. Das Feuer, ich den Nano-Suit. Ich denke aber nicht, dass der Neustürt verbrennen wird. Wenn er alle Schüsse aushalten kann, dann kann er wahrscheinlich ein bisschen Feuer aushalten. Guck mal nach oben, ich löse nichts aus. Ist irgendwas ganz Großes für dich. Ah, ich dachte schon, wenn er einen Eingruss hat. Profit, das Kommunikationsnetz ist bald wieder online, aber unsere Feldkommandeure melden von überall wieder belebte Seth. Was? Der Dom ist noch intakt, aber im Inneren... Mein Gott. Sie löschen alles Menschliche aus. Ich muss waschen. Ich bin für sowas nicht ausgebildet. Kein Wehtun. Profit, Vorsicht. Sie nähern sich einem deaktivierten Pinger. Angesichts der Self-Aktivitäten könnte er reaktiviert werden. Sie sollten ihn umgehen. Vermutlich, aber wenn er eine Energiequelle hat, kann ich sie vielleicht nutzen. Das Bild geht nicht. Dann geh mal da weg. An der anderen Vorsicht ist ganz schlecht betrunken. Echt? Kann ich X drücken? Ich kann gar nichts zu tun. Ich kann es da nur oder so machen, aber ich kann X drücken. Nein, nein. Schau. Loll, da steht gleich hier. Soll ich mal den letzten Speichelpunkt laden? Ja. Warte mal. Geht nicht. Ich kann es mal zielen. Okay. Ähm. Okay. So. Unterbrechen. Oder was? Wie? Kann ich rennen? Sag mal, äh, sterb mal. Wie kann ich schießen? Ich will gar nichts. Ich will gar nichts. Alter. Ich will gar nichts. Funktioniert gar nichts. Nur E und Q. Und dann lauf nicht. Dann machen wir die Panzerung raus. Alter, was ist das für ein Mongo, ey? Dann machen wir die Panzerung raus. Dann machen wir die Panzerung raus. Dann machen wir die Panzerung raus. Du darfst spielen. Du darfst spielen. Ja, ja. Das Kommunikationsnetz ist bald wieder online. Aber unsere Feldkommandeure melden von überall wiederbelebte Seth.